Sie sind hier, 22. Januar 2019, 11.47 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Barca muss nach dem erneuten Protest durch Levante weiter um die Viertelfinal-Teilnahme bangen Urheberrecht, Getty Images der erste Einspruch scheitert, doch Rudi Levante gibt sich damit nicht zufrieden, Barcelonas Pokalgegner legt erneut Protest gegen die Wertung des Achtelfinales ein. Der spanische Meister FC Barcelona muss weiter um seinen Platz im Viertelfinale des nationalen Pokalwettbewerbs bangen. Barkas unterlegener Achtelfinal-Gegner Ud. Levante hat vor dem spanischen Sportschiedsgerichtshof Ted erneut Protest gegen sein Auswegen des vermeintlich unerlaubten Einsatzes eines Barca-Akteurs im Hinspiel eingelegt. Zuvor war der Klub aus Valencia mit seinem Einspruch gegen die Spielwertung vor dem Berufungsgericht des spanischen Verbandes wie schon in der ersten Instanz aus formalen Gründen gescheitert. Ein Termin für die Ted-Verhandlung steht noch nicht fest. Allerdings herrscht Zeitdruck, denn Barcelonas Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla ist schon für Mittwoch angesetzt. Beide Verbandsgerichte hatten Levantes Proteste wegen Überschreitung der Einspruchsfrist von 48 Stunden zurückgewiesen. Tatsächlich war Udi erst sechs Tage nach seinem 2-1-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel durch einen Zeitungsbericht darauf aufmerksam geworden, dass Barcelonas Spieler Chumi trotz einer fünften gelben Karte im drittklassigen Reserveteam des Cup-Verteidigers mitgewirkt hatte. Zudem ist umstritten, ob Chamis Sperre über Spaniens dritte Liga hinaus auch in anderen nationalen Wettbewerben gültig ist. Barcelona behauptet in diesem Zusammenhang, sich am Inhalt eines angeblichen Verbands-Memos orientiert zu haben. Außerdem verweist der Klub des deutschen Nationaltorwärts Marc-André Testegen darauf, für Chamis Einsätze im Profiteam über einen gesonderten und nicht von der Drittligasperre berührten Spielerpass zu verfügen. Von Sportinformationsdienst Profiteum home entire berre toner chil kl kl prov